Ich will die 300 XP haben und nicht die, obwohl ich so selbst keine XP mehr brauche, ist das sonst eigentlich immer noch gut, XP zu bekommen. Ach, scheiß drauf, ich hab keinen Bock, ich hab noch mehr gebladen, ich hab noch irgendeine Windschattenleifer. Einmal geht ja, aber sonst... Ich könnte jetzt eigentlich auch mal nach Korinis zurückgehen, um da... Dinge machen. Hier irgendwas oder so, keine Ahnung. Ah, genau, einkaufen. Ach, jetzt geh nicht auf den Schattenleifer, den blöden Ort. Den Kill wollte ich aber jetzt haben, Mann. Die konnten... Die haben die denn das jetzt geschafft, mich zu töten? Das ist doch unmöglich, irgendwo. Ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn man hier von Wagen getötet hat... Wenn man hier von Wagen getötet hat... Ne, ich bin von nem Ork, natürlich. Unfair, wie die Sau, ja? Nein, der hat keinen Ork getötet, oder? Nein, der hat keinen Ork getötet. Nein, der hat keinen Ork getötet. Dann heile ich mich schnell. Ja, mal wie vor. Der Ork zurückkommt. Und mich hier da wahrscheinlich... Ah, da kommt er. Nichts zu wollen. Loll das. Wie viele Schattenläufe sind hier noch, bitte, ja? Also... Alter... ... 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 Schau, ein böser Feuermaran. Alter! Halt die Fresse! Dr. Halt die Fresse. Halt die Five-Seine. ilos, Lorenzen. Deutsch. Der Schubf ist ein fresseur. Das entschuldigt die Fresse. Sie sind in einer Spiegelung der Schubberechtung, Lehrer Wetter. Das ist eine komische Rüstung. Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawlerplatten gemacht. Hat mir einen Typ namens Wolf angefertigt. War damals Gefangener hier in der Kolonie. Hab ihn ein paar Minecrawlerplatten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Der Typ ist okay. Okay. Kannst du auch Dachan ausnehmen? Sicher, warum nicht? Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Warum nicht? Hab im Moment genug. Die Zunge von einem Feuerwehr rein, schlägst du mit einem Messerheber aus dem Maul, während du sie mit der anderen Hand festhältst. Ah ja, okay. So Leute, aber mit Gorn reden wir in der nächsten Folge. Natürlich. Ja. So mies bin ich halt. Na ja, auf jeden Fall natürlich, bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und natürlich, Sun Bros. Praise the Sun. Praise the Sun. Und natürlich... Jau.